DUNK Mein Auftraggeber wird sterben. Er möchte dir danken, dass du ihm das Leben gerettet hast vor so vielen Jahren. Es ist eine Ehre, Wolverine kennenzulernen. Der bin ich nicht mehr. Ich möchte ihnen ein Geschenk machen, Logan. Sie haben wirklich schon lange genug gelitten. Ihre Selbstheilungskraft kann auf andere übertragen werden. Logan-San, ich kann sie sterblich machen. Ich bin nicht bereit zu sterben. Das heilt nicht. Sie ist dafür verantwortlich. Was sind sie? Du kannst also in die Zukunft sehen. Ich sah deinen Tod. Wir werden deine Kapitulation annehmen. Mehr Männer hast du nicht dabei? Dein Großvater nannte mich einen Ronin. Einen Samurai ohne Meister. Das Leben hätte für mich keinen Sinn. Hatte er recht? Das ist eine Angelegenheit. Ich bin heilt Haut hice. Wunten ich an dem Arsch, kein Rutsch anziehen. Ich bin so Lumpf als der Rutsch anziehen. Vielen Dank.